Hallo und herzlich willkommen zu let's battle mw2 ja mw2 ist lange nicht gekommen und jetzt habe ich und david gedacht yolo machst du mal wieder mw2 die bedingungen sind ich darf nur mit der segelspielen er darf normal spielen weil wir dachten es ist fairer er weiß ob ich immer zwar noch kann also ja das ist ja vielleicht hört es ja mit meinem neuen mikrofon kämpfst du hinter dir hinter mir scheiß Camper ja auf jeden fall ich hab dich erst gar nicht gesehen ja weil mein mikrofon im weg steht ja klar ja hübsche waffe ja klar spawst direkt vor mir hinter dir hinter dir muss david denn kämpft sicher du kämpfst jedes mal wenn ich dich sehe aber was hast du für eine fache range ja du äh mal einmal drückst du sie genau david esselhoff oh 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 ja ich sehe dich wie du rummades wo bist du wo bist du ja ich habe mich einfach aus versehen die granate geworfen naja granatu er stirbt halt nicht da wird streng dich bis hinein ey david komm raus komm raus nein was hast du vor bist du gestört stop suiziding you hast du aufhören mit fick dich jetzt muss man wieder Munition sammeln typisch jetzt wurde ich angeschrieben in Skype ich hoffe das habt ihr nicht gehört david david du ranziger zigoine ey doch erst wie ich mich hingelegt habe doch erst wie ich mich hingelegt habe ach bist du wieder ah ich komm da runter david stop camping wo bist du du arschloch du arschloch Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesiegnet ja du arschloch der feind blockiert unser Radar der feind blockiert unser Radar mami ne stop camping stop camping können die Dinger da nicht explodieren fick dich ja kannst du mal aufhören zu campen vielleicht so aus ja ich wollte gerade runter springen ja ich hab's gesehen was verliere ich du arschloch auf zu campen du ars anus penetrator so ok ich hoffe ich bin schon wieder Das würd' ich jetzt auch sagen. Das ist sowas von gelogen. Nö. Ah! Wo warst du? Fuck. Scheiße. Ich war nie das mal. SP2 da oben? Nee. Du Wichser! Why? Wieso spawnst du gleich wieder da? Keine Ahnung. Meine Spawns sind schon ähnlich schlecht für den MV3. MV2. Wie in MV3. Achso. Ja, okay. Ups. Fick dich. Das ist, dass ich Waffe wechseln musste. Ja, wieso spawnst du gleich hinter mir? Wir haben keine Zeit. Fick dich. Fick dich. Asozialer Wahl. David, ich seh dich. Stop camping in your Anus. David. Komm raus. Kannst du mich sehen? Mhm. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Jetzt ist es so weit rausgekommen, ne? Wo? Wo? Nein! Was machst du, Junge? Bleib stehen! Oh, stop! Stop! Camping. Ja, wollte ich gerade sagen, aber du campst ja gar nicht. Du bist ja G18. Stop playing G18. Wo war's denn? Fick dich. Jetzt finde ich aber die Regel nicht mehr so fair. Ja, na sicher. Du schluckst wie eine französische Nutte, ey. Ich bin eine französische Professionelle. Also, okay. Ich habe mich selbst geblendet. Du, dein Profi. Hör auf, Mann! Ja! Ja, na nee, nee. Ich habe mich nicht gut gesteuert. Ich hätte jetzt den Anus verfrachtet. Komm, komm, komm. Komm, lass raus, du stinker! Von deinem Anus. I have blind me self. Ich habe dich geblendet, du Wichser! Wo hast du dich geblendet? Taktik-Waski gibt's hier nicht! Chirai, du Ascho! Ja! Ja! Du bist 4 kills vorne. Fick dich. Wie viel geht's? Keine Ahnung. Standard, glaube ich. 24. Wieso? Keine Ahnung. 24. Nein! Oder mehr, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob 24 Standard ist. Normal spiele ich nicht vor der Führung. Stink. Ja. Obwohl ich duschen war, aber ja. Du warst nie duschen? Ja, ich habe mich im Leben noch nie geduscht. Ja, Standard, halt, oder? Na klar. Was wäre ich denn, wenn ich nicht duschen gehen würde? Das hat mich hart genutzt. Ich habe dich hart genutzt, nicht das. Ah! Du kriegst mich nie, Jule. Fick dich. Hör auf zu campen jetzt! Hör auf zu campen. Ja, du darfst keine Granaten verwenden. Wer hat es gesagt? Ja, du darfst nur die Deagle verwenden. Du hast gesagt, ich darf nicht messern. Hab ich gefolgt. Ich darf nicht die Deagle verwenden. Du darfst nur die Deagle verwenden. Awewewewewe. Also, ja. Jetzt darf ich dorthin gehen, wo ich wollte. Nee, du darfst mich jetzt messern. Wo bist denn du asozialer Mann? Mach doch. Hättest mich eh gesehen, Julian. Nein. Du Profi. Boah, die wär sowas von gut geflogen, ey. Aua. Uuuuh. Nööö. Ist gar nicht so leicht zu gegen. Vor allem, weil ich verliere, ey. Auf zu gewinnen. Hör auf zum Campen, Jodan, du kommst nur. Ich kann nicht weg! Bullshit. Ich hab dir gesagt, hör auf zum Campen. Ich konnte nicht wegrennen. Sagen, Sagen. Ja. Ja, klar. Ich darfst keine Granaten werfen. Ja, vor allem, weil das Granate war. Ich hab ne Granate gesehen. Ja, ich hab keine Granate gesehen. Guck mal, ist der Tank explodiert. Hast du wieder gecheatet? Ah! Warum lade ich nach? Bullshit! Ich glaub, das kann ich nicht mehr gewinnen. Wat first. Letten take a selfie. Bist du! Was du! Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab mich auch nicht gesehen. Ja, da wird gar nichts Ja, da wird gar nichts Please fixe dein Internet Es ist nicht mein Internet, es ist die Internet von deinem Anus Wo bist du? Na, David, wo bist du? Ja Hallo 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 Wo bist du denn? Hä? Nein, ich dachte du süß, finde ich Ich bin die Davids Wir sind die Davids Wir sind die Davids Der Feind blockiert unser Radar Der Feind blockiert unser Radar Der Feind blockiert unser Radar Ok So, wir wieder davon bless Die Hände Wichsen Du bist immer noch ein Wichser. Das ist so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich kann es jetzt mal aufzucampen. Ja, das ist Novik. Wieso bin ich Novik? Du bist im normalen Laufen. Fick dich. Du kriegst mich nie. Du kriegst mich nie. Das wird knapp. Ui, das wird knapp. Scheiße, du brauchst nur zwei Killies. Ach, 30 ist Standard. Okay. Also ganz klar. Da haut voll der Camper. Da kommt irgendwer Spray. Ja, wer ist hier schon zu Ende? Haha Julian, du bist ein Noob. Ja, das ist ein Maul. Ich habe nur mit Diegel gespielt. Ja, ja, ja. Du hast nur mit Granaten gespielt. Also ganz klar, David hat nur gewonnen, weil er gecampt hat. Habt ihr alle gesehen? Also das war es mit dieser Aufnahme. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. David, du stinkst.